Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Part Mario Kart 8 Deluxe. Wir machen jetzt erstmal mit 200 Kubik weiter, würde ich mal sagen. Äh, gespiegelt fahre ich die Strecken erstmal nicht. Vielleicht, ich glaube es gibt sogar in 200 Kubik gespiegelt. Ich glaube ich fahre dann in 200 Kubik gespiegelt. Mal schauen. Also, wir haben auf jeden Fall alle Strecken schon mal auf 150 durch. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal den König Buhu. Wir haben was Neues freigeschaltet. Und zwar das Yoshi-Bike. Ähm, Planänderung. Wir nehmen Yoshi. Den Grün natürlich. Und fahren das Yoshi-Bike. Dazu gibt es dann grünes Lick-Reifen. Reifen, genau. Und den Standard-Schirm. So. Und wir machen natürlich jetzt wieder von vorne mit dem Pilz-Carp. Mario Kart-Station. Oder Stadion-Station. Wird ja anders geschrieben. Ähm, ja. Legen wir los. Yoshi sitzt auf Yoshi. Und Gas geben. Ey, das... Uh. Hilfe. Nein. Oh, das geht ja ab, ey. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Dass 200 Kubik so abgeht. Das wird schwierig. Da die Kontrolle zu behalten. Ei, ei, ei. Nein. Verdammt. Den... Uh. Hä, den bin ich schon... Wo landen denn immer die roten Panzer? Das frage ich mich. Wo habe ich den jetzt hingeworfen? Es geht gut ab. Also 200 Kubik hat auf jeden Fall... ...ne ziemlich hohe Geschwindigkeit. Warum kriege ich Bomben? Was will ich denn mit Bomben? So. Und tschüss. Bäm. Yoshi wird im Ziel noch erwischt. Aber... Wir sind Erster. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir direkt Erster werden. Vor allen Dingen, weil ich den 200 Kubik... Beziehungsweise die 200 Kubik-Klasse lang nicht mehr gefahren bin. Aber... Das sind auch einige der ersten Strecken. Von daher gehe ich davon aus, das wird noch schwerer. Wir fahren jetzt erstmal unter Wasser, im Wasserpark. Und starten auf dem ersten Platz. Los geht's. Natürlich kriegen wir erstmal kein Item. Toad hat's... ...geklaut. Nein. Ha! Einwandfrei ausgewischt. Geil. So. Mal gucken. Nein, nicht die Wand. Alter. Uff. Uff. Ich komm bei der Geschwindigkeit kaum noch hinterher. So. Sehe ich natürlich wieder nix. Und wieder diese bescheuerte Kurve. Oh 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 oh. So. So. So, jetzt muss ich mal gucken... ...wann ich die Hupe am besten einsetze. ...nein. Zu spät. Verdammt. Und da ist ein Hugel Willi. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh 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 oh. Nein, nein, nein. Oh. Nein, 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 nein. Nicht vierter. Fünfter. Alter. Toll. Verdammt. Sechster. Oh. Ich sag ja. 200 Kubik wird schwierig. Wir sind auf dem zweiten Platz abgerutscht. Schaffen wir das noch einzuholen? Im zuckersüßen Canyon. Zuckersüß. Starten wir halt auf dem fünften Platz. Und schauen, was draußen wird. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nicht die Kumpel. Ei, 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 ei. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Nein. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass es da nicht weiter geht. Boah. Diese... Diese Turbos kommen auch in den ungünstigsten Momenten. Und der rote Panzer kam auch sehr ungünstig. Und das kam auch sehr ungünstig. Und jetzt kommt auch noch ein Stern an. Die haben wohl alle einen Schuss weg. Die haben doch alle einen Schuss weg. So, jetzt wenigstens auf dem ersten Platz. Mal schauen. Ja, klar. Die Strecke ist so breit und ich erwische die Mitte. Nein. Diese Kurve hasse ich. Wie die Pest. Weiter geht's. Na. Ey, schon wieder an der gleichen Stelle einen Blitz erwischt. Was soll das? Kleiner Schuhmacher hier. Tot, der Pilzkopf. Go, go, go. Komm, 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 komm. Jetzt müssen wir ein bisschen angasen. Damit wir den ersten Platz... Nein. Jetzt bremden. Nein. War ja klar. Was war das? Aber wir haben wieder den ersten... Ne, doch nicht. Wir haben den ersten Platz gemacht, aber Toad ist immer noch auf dem ersten Platz. Die Steinblockruinen. Ich finde, diese Map ist auch sehr geil designt. Mario Kart 8 sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Sehr cool designt. Das war klar. Fahren wir mal an der Wand lang. Gehe die Decke hoch. Komm, wir probieren mal auf die Wand. Einerwischt. Einerwischt. Oh, oh. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das sieht ja aus. Ich habe gerade gesehen, dass das... Oh, nö. Aber Donkey Kong ist auch gegen die Wand gefahren. Also der rote Panzer hatte es auf jeden Fall sehr eilig. Und wieder die Wand. Ich liebe Wände. Und jetzt mal einen richtigen Augenblick. Für einen kleinen Boost. So. Der nächste kriegt eine Bombe ab. Oder auch nicht. Keine Sieg-Animation. Jetzt klau mir halt den grünen Panzer. Ich bin ja schon grün genug. Nein, nein. Nein. Warum? Muss das sein? Komm, 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 komm. Jetzt werde ich noch überholt. Toll. Aber ich bin vor Toad. Das heißt, ich könnte den ersten Platz kriegen. Ja. Geil. Erster Platz. Ja. Da nochmal die Highlights. Einmal einen Geschwindigkeitsschub von Toad bekommen. Und da einen roten Panzer vom Bewohner. Das sind also Highlights. Das Highlight ist auf jeden Fall der sechste Platz im Wasserpark. Egal. Wir haben den ersten Platz. Das bedeutet ein weiterer Pokal. In unserem Regal. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.